Ein schwarzes Loch ist nicht einfach nur ein astronomisches Objekt, sondern ein echtes Portal ins Unbekannte, wo die gewohnten Vorstellungen von Zeit und Raum anfangen, sich aufzulösen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Grenze dieser geheimnisvollen Welt, dem Ereignishorizont. Das ist der Punkt ohne Wiederkehr, an dem selbst das Licht, gefangen von der Schwerkraft, machtlos verschwindet und nicht mehr entkommen kann. Aber was befindet sich dort, jenseits dieser düsteren Grenze? Der Ereignishorizont ist nicht einfach nur eine Linie auf einer astrophysikalischen Karte. Er gilt als Rand einer jenseitigen Welt, in der die Gesetze der Physik nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind. Wenn Sie es wagen würden, diese Grenze zu überschreiten, wären Sie in einer Falle ohne Rückkehr gefangen und würden in die Tiefen des schwarzen Lochs reisen, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu etwas Ununterscheidbarem verschmelzen. Innerhalb dieses rätselhaften Raumes kann sich die Zeit wie Gummi dehnen, Sekunden in eine Ewigkeit verwandeln oder Jahrtausende in einen Augenblick komprimieren. Die Werkzeuge der gewohnten Wissenschaft beginnen zu versagen und lassen uns gefangen in Fragen ohne Antworten. Alles, was wir über Materie und Energie wissen, wird auf die Probe gestellt. Atome können sich auf eine Weise verhalten, wie sie es noch nie zuvor getan haben. Und Lichtstrahlen biegen sich in einem bedrohlichen Strudel. Doch das ist erst der Anfang unserer spannenden Reise. Nachdem Sie den Ereignishorizont durchquert haben, befinden Sie sich in einer Welt, in der der Raum bis zur Unkenntlichkeit verdreht und gekrümmt ist, neue Existenzformen und verzerrte Realitäten eröffnen. Was genau verbirgt sich im Innersten dieser kosmischen Titanen? Wir werden weitergehen, um ihre Geheimnisse zu lüften und zu versuchen, das Wesen dieser faszinierenden und unerforschten Welt zu begreifen. Dem Licht folgend, wie schwarze Löcher die Realität verzerren. Wenn wir tiefer in die geheimnisvolle Welt des schwarzen Lochs eintauchen, stoßen wir auf ein erstaunliches Phänomen, die Krümmung des Lichts. Stellen Sie sich einen Lichtstrahl vor, der an einem schwarzen Loch vorbeizieht. Unter dem Einfluss ihrer gewaltigen Gravitation beginnt er sie zu umkreisen, wie ein Springer, der in einem kosmischen Tanz erstarrt ist. Dieses Phänomen nennt man Gravitationslinseneffekt. Die gewaltige Masse des schwarzen Lochs krümmt den Raum so stark, dass Lichtstrahlen, die sich unter normalen Bedingungen geradlinig bewegen würden, einer gekrümmten Bahn folgen. Von der Erde aus lässt sich das als Verzerrung des Sternenhintergrunds beobachten. Doch das ist noch längst nicht alles. Licht, das in die Gravitationsfalle gerät, kann beginnen, sich zu verlangsamen. Das ist keine bloße Metapher. In der Nähe eines schwarzen Lochs sind Raum und Zeit so stark verzerrt, dass das Licht, das wir als augenblicklich wahrnehmen, langsam und zäh wird. Wenn Sie sich in der Nähe befänden und auf das schwarze Loch blickten, würden Sie sehen, wie sich die Sterne dahinter zu bizarren Mustern anordnen, als hätte jemand ein Kartenspiel vor den staunenden Zuschauern durcheinander gemischt. Diese Verzerrung eröffnet noch einen weiteren faszinierenden Aspekt, die optische Illusion des schwarzen Lochs. Aufgrund ihres Einflusses auf das Licht kann ein schwarzes Loch wie ein eigenartiger Spiegel wirken, der seine Rückseite zeigt und die uns vertraute Logik der sichtbaren Welt auf den Kopf stellt. Indem wir uns von den gewohnten Gesetzen der Optik verabschieden, öffnen wir das Tor zu einer fantastischen Realität, in der Spiegelungen, Duplikate und sogar flüchtige Trugbilder Teil eines einheitlichen Bildes werden. Und das ist erst der Anfang unserer einzigartigen Reise. Vor uns liegt eine Begegnung mit noch seltsameren Geheimnissen, die sich im Inneren dieses unsichtbaren Kolosses verbergen. Eine Begegnung mit dem Unbekannten, das Leben im Inneren eines schwarzen Lochs. Um sich im Inneren eines schwarzen Lochs wiederzufinden, muss man sich einen Ort vorstellen, an dem die gewohnte Realität dem Unerklärlichen weicht. In dieser seltsamen Welt, in der Raum und Zeit zu einem Knoten verschlungen sind, können Phänomene existieren, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Was geschieht mit Materie, wenn sie den Ereignishorizont überschreitet? Geraten Atome in den Gravitationsstrudel, beginnen sie sich gleichzeitig zu komprimieren und zu dehnen und verwandeln sich in eigenartige Fäden, die als Spaghettifizierung bekannt sind. Diese Materiefäden setzen ihren Weg weiter ins Innere des schwarzen Lochs fort und nähern sich dessen Zentrum, der Singularität. Das ist der Punkt, an dem die Dichte unendlich wird und die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, nicht mehr anwendbar sind. Können wir uns vorstellen, was sich im Herzen dieses Geheimnisses befindet? Einige Wissenschaftler vermuten, dass sich im Inneren eines schwarzen Lochs ein Übergang in eine andere Welt oder sogar in ein Universum mit anderen Naturgesetzen verbergen könnte. Aber was würde passieren, wenn es ihnen gelänge, in dieser extremen Welt zu überleben? Theorien besagen, dass sie Zeuge ungewöhnlicher Phänomene werden könnten. Vielleicht würden sie sehen, wie die Zeit um sie herum stillsteht, während sie sich selbst weiter bewegen. Oder vielleicht offenbart sich die Realität plötzlich in einer vielschichtigen Struktur, in der mehrere Welten parallel und gleichzeitig existieren. Und obwohl diese Hypothesen unglaublich klingen, unterstreichen sie nur die Komplexität und Unvorhersehbarkeit des Lebens im Inneren eines schwarzen Lochs. So stellt die Welt jenseits des Ereignishorizonts etwas weitaus Rätselhafteres dar, als wir es uns vorstellen können. Die Tiefen des schwarzen Lochs bleiben unserem Verständnis unzugänglich, doch sie ziehen weiterhin die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich, die bestrebt sind, seine Geheimnisse zu entschlüsseln. Und damit endet unsere Reise ins Unbekannte noch lange nicht. Wir suchen weiterhin nach einer Antwort auf die Frage, was sich tatsächlich im Herzen dieses rätselhaften kosmischen Objekts verbirgt. Ein Weg ins Nichts. Verschwinden die physikalischen Gesetze? Wenn wir tiefer in das schwarze Loch eintauchen, werden wir Zeugen des Verschwindens der uns vertrauten physikalischen Gesetze. Dies ist ein Ort, an dem alle uns bekannten Regeln und Theorien zu zerfallen beginnen. Die grundlegende Annahme ist, dass die Gravitationskräfte hier solche Ausmaße erreichen, dass Materie und Energie extremen Veränderungen unterliegen. In dieser Welt könnten die Gesetze von Newton und sogar Einstein ihre Gültigkeit verlieren. Das Erste, was ins Auge fällt, ist der vollständige Zusammenbruch von Ursache und Wirkung. Im Inneren eines schwarzen Lochs folgen Ereignisse nicht mehr der linearen Abfolge, wie wir es gewohnt sind. Die Zeit kann rückwärts fließen oder sogar ganz still stehen. Das führt zu paradoxen Situationen, in denen die Wirkung vor ihrer Ursache eintreten kann. Die Begriffe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verlieren ihre Bedeutung und vermischen sich zu einem chaotischen Phänomen. Die Existenz der Singularität, des zentralen Punktes eines schwarzen Lochs, fügt diesem Rätsel noch seltsamere Elemente hinzu. In der Singularität wird die Materiedichte unendlich und der Raum schrumpft für uns auf Null zusammen. Hier sind die Grenzen zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen bis zur Unkenntlichkeit verwischt. Einige Physiker vermuten, dass dies ein Portal zu anderen Dimensionen oder Universen sein könnte, in denen völlig andere Naturgesetze gelten. Fernab des Gewohnten, direkt in diese furchteinflößenden Tiefen, stoßen wir auf das Unglaublichste, das vollständige Verschwinden der Gravitation, wie wir sie kennen. Die äußere Hülle eines schwarzen Lochs wirkt wie ein Schild, aber im Inneren seines Zentrifugalkerns können die Gravitationskräfte so stark werden, dass sie sich praktisch selbst aufheben. Dies führt zu unzulässigen Zuständen, in denen sich der Raum in eine Spirale zusammenzieht und alles, was hineingerät, für immer verloren ist. So stellt das schwarze Loch ein echtes Paradoxon dar. Dies ist ein Ort, der keinen uns bekannten physikalischen Gesetzen gehorcht. Was im Inneren geschieht, bleibt reine Theorie. Doch dieser unbegreifliche Raum fasziniert weiterhin Wissenschaftler, die danach streben, die Grundfesten unserer Wissenschaft herauszufordern. Der Schleier über den Geheimnissen dieser kosmischen Objekte bleibt ungelüftet und die Zukunft birgt noch mehr erstaunliche Entdeckungen. Überleben im schwarzen Abgrund, wissenschaftliche Hypothesen und Annahmen. Stellen Sie sich also vor, Sie befinden sich im Inneren eines schwarzen Lochs und versuchen zu überleben. Die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Tatsächlich gibt es mehrere wissenschaftliche Hypothesen, die eine solche Möglichkeit in Betracht ziehen. Eine der faszinierendsten Theorien besagt, dass es im Inneren eines schwarzen Lochs eine Lebensform geben könnte, die sich an die extremen Bedingungen angepasst hat. Doch wie sehr wir uns ein solches Leben auch vorstellen mögen, es wird mit Sicherheit ganz anders sein als alles, was wir kennen. Wissenschaftler vermuten außerdem, dass das Überleben im schwarzen Abgrund mit den sogenannten weißen Löchern in Verbindung stehen könnte. Sie sind das Gegenteil von schwarzen Löchern. Theoretisch existierende Objekte, die Materie ausstoßen, anstatt sie zu verschlingen. Möglicherweise sind schwarze Löcher nicht das endgültige Ende, sondern eine Art Portal, das in andere Bereiche des Universums führt, wo die physikalischen Gesetze das Dasein anderer Lebensformen ermöglichen. Außerdem muss man den sogenannten holographischen Prinzip berücksichtigen. Dieses Prinzip besagt, dass die Information darüber, was im Inneren eines schwarzen Lochs geschieht, auf seiner Oberfläche kodiert werden kann. Das bedeutet, dass wir oder jemand anderes vielleicht überleben könnten, wenn diese Information irgendwie bewahrt und nach außen übertragen wird. Das klingt wie Science Fiction, aber es ist eine der theoretischen Möglichkeiten, wie man die unüberwindbaren Gravitationskräfte überwinden könnte. Eine weitere interessante Hypothese ist die Existenz hypothetischer Wurmlöcher im Inneren von schwarzen Löchern, die als Tunnel zu anderen Teilen des Kosmos dienen könnten. Diese Theorie legt nahe, dass schwarze Löcher nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Reise sein könnten, bei der das Überleben durch die Fähigkeit möglich ist, unglaubliche Entfernungen in einem Augenblick zu überwinden. All diese Ideen bleiben jedoch bislang theoretisch und die Realität der schwarzen Löcher bleibt weiterhin ein Rätsel, mit dem die Menschheit erst beginnt, sich auseinanderzusetzen. In den Tiefen des Kosmos, dort, wo die gewohnten Gesetze der Physik verschwinden, suchen wir weiterhin nach Antworten auf die schwierigsten Fragen. Und vielleicht werden sie uns eines Tages zu neuen Entdeckungen führen. Eine Stimme aus dem Inneren. Kann Information ein schwarzes Loch verlassen? Es gibt einen der verwirrendsten und faszinierendsten Paradoxien der modernen Wissenschaft, das Informationsparadoxon. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Buch, einen USB-Stick, einen Menschen oder sogar einen ganzen Planeten in ein schwarzes Loch schicken. Nach den Gesetzen der Quantenmechanik kann alle Informationen, die jemals existiert hat, nicht vernichtet werden. Sie kann sich verwandeln, verzerren, aber nicht spurlos verschwinden. Doch ein schwarzes Loch ist wie ein Schlund des Kosmos, der scheinbar alles bis auf die Grundfesten auslöscht. Wo liegt also die Wahrheit? Diese Frage beschäftigte jahrelang sogar Stephen Hawking selbst. Er stellte die Hypothese auf, dass schwarze Löcher die sogenannte Hawking-Strahlung aussenden. Eine äußerst schwache, aber konstante thermische Strahlung, die die Masse des schwarzen Lochs langsam, sehr langsam erschöpft. Das Problem dabei ist, dass diese Strahlung scheinbar keinerlei Informationen darüber enthält, was verschlungen wurde. Das ist, als würde man ins Lagerfeuer schauen und versuchen, anhand der Temperatur der Flammen zu erraten, was genau verbrannt wurde. Ein altes Buch oder ein nasses Holzscheit. Aber die Physiker gaben nicht auf. Es gibt Hypothesen, nach denen die Information überhaupt nicht verschwindet, sondern auf der Oberfläche des schwarzen Lochs seinem Ereignishorizont gespeichert wird, wie auf einem zweidimensionalen Bildschirm. Das ist das sogenannte holographische Prinzip. Dreidimensionale Informationen können in einer zweidimensionalen Hülle gespeichert werden. So ist es vielleicht möglich, dass alles, was jemals in ein schwarzes Loch gefallen ist, immer noch dort ist, in kodierter, beinahe mystischer Form. Einige Wissenschaftler schlagen sogar noch ausgefallenere Ideen vor, dass die Hawking-Strahlung selbst Informationen tragen könnte. Wir wissen nur noch nicht, wie wir sie auslesen können. Es ist wie ein Flüstern durch das Vakuum der Zeit, das wir bisher nicht zu entschlüsseln gelernt haben. Aber eines Tages, eines Tages könnten wir vielleicht eine Stimme hören, die aus dem Inneren des kosmischen Abgrunds zu uns dringt. Doch wenn Informationen tatsächlich erhalten bleiben können, ändert das alles. Es verändert unser Verständnis von Physik, Zeit und der Natur der Realität selbst und lässt uns darüber nachdenken, was, wenn ein schwarzes Loch nicht das Ende des Weges ist, sondern eine verschlüsselte Botschaft des Universums selbst. Aber was könnte noch unglaublicher sein als Informationen, die in der Hülle eines schwarzen Lochs verborgen sind? Vielleicht nicht das schwarze Loch selbst, sondern das, wohin es führt. Spiegelwelten? Was, wenn ein schwarzes Loch ein Portal ist? Unter den kühnsten Hypothesen der modernen Astrophysik gibt es eine, die wie direkt aus den Seiten der Science-Fiction zu stammen scheint. Was, wenn ein schwarzes Loch gar keine Sackgassenfalle ist, sondern ein kosmischer Tunnel, der in einen anderen Teil des Universums oder sogar in ein anderes Universum führt? Mit dieser Idee ist die Theorie der Wurmlöcher eng verbunden, hypothetische Tunnel in der Raumzeit. Stellen Sie sich zwei Blatt Papier vor. Wenn Sie sie übereinanderlegen und mit einem Bleistift durchstechen, verbinden Sie zwei Punkte auf dem kürzesten Weg. Ein schwarzes Loch ist vielleicht der Eingang und irgendwo dort, in einer anderen Ecke der Realität, befindet sich der Ausgang, ein weißes Loch, das Materie wieder ausstößt. Das bedeutet, dass alles, was in ein schwarzes Loch fällt, nicht unbedingt verschwindet, sondern einfach nur reißt. Auf der anderen Seite dieses Tunnels könnte sich eine andere Galaxie, eine andere Ecke des Kosmos oder sogar ein ganz neues Universum mit anderen physikalischen Gesetzen, einer anderen Zeit und vielleicht auch anderen Lebensformen befinden. Eine solche Theorie erfordert natürlich Annahmen, die an der Grenze zwischen Wissenschaft und Philosophie liegen. Für die Stabilität von Wurmlöchern wäre sogenannte exotische Materie erforderlich, eine Substanz mit negativer Energie, die wir bisher noch nicht beobachtet haben. Aber selbst, wenn dies nur ein theoretisches Modell ist, eröffnet es der Menschheit unglaubliche Perspektiven, Reisen durch Zeit und Raum, Kontakt mit anderen Realitäten und vielleicht die Antwort auf die Frage, wer oder was sich jenseits der sichtbaren Welt befindet. Einige Physiker vermuten, dass unser gesamtes Universum innerhalb eines schwarzen Lochs entstanden sein könnte. Wenn solche Objekte kosmische Samen sind, in denen neue Welten geboren werden, dann sind wir vielleicht selbst Teil einer Kette, die ins Unendliche reicht. Um jedoch zu verstehen, wie ein solches übergangsschwarzes Loch funktioniert, muss man einen anderen, nicht weniger rätselhaften Aspekt betrachten, seine Rotation. Und genau hier beginnt die wahre Magie des Kosmos. Das Geheimnis der Rotation, wie rotierende schwarze Löcher alles verändern, Wenn ein gewöhnliches schwarzes Loch ein stummer Gigant ist, der alles spurlos verschlingt, dann ist ein rotierendes schwarzes Loch ein Wirbel aus Energie, in dem die gewohnten Vorstellungen von Zeit und Raum vollkommen verzerrt werden. Solche Objekte werden Kerrlöcher genannt, zu Ehren von Roy Kerr, der sie als erster in der Mitte des 20. Jahrhunderts mathematisch beschrieb. Im Gegensatz zu ruhigen schwarzen Löchern verdreht ein Kerrloch nicht nur Materie um sich herum, sondern auch die Raumzeit selbst. Dieser Bereich der Rotation wird als Ergosphäre bezeichnet. Alles, was in sie eintritt, kann nicht an Ort und Stelle bleiben, sondern ist gezwungen, sich zusammen mit dem schwarzen Loch zu drehen. Und genau hier wird es am interessantesten. Theoretisch ist es in der Nähe der Ergosphäre möglich, Energie aus dem schwarzen Loch zu gewinnen, indem man den sogenannten Penrose-Effekt nutzt. Das ist der einzige Ort im Universum, an dem man einem Objekt Energie stehlen kann, das scheinbar nur dazu bestimmt ist, Energie zu verschlingen. Aber das ist noch nicht alles. Im Inneren eines rotierenden schwarzen Lochs kann der Raum so beschaffen sein, dass geschlossene zeitartige Kurven entstehen, Bahnen, auf denen man sich bewegen und in die Vergangenheit zurückkehren kann. Das bedeutet, dass solche schwarzen Löcher theoretisch Zeitreisen ermöglichen. Das sind nicht nur theoretische Überlegungen, die Gleichungen von Einstein lassen diese Möglichkeit zu. Eine andere Sache ist, dass die Umsetzung dieser Bedingungen eine unmögliche Präzision und eine ungeheure Stabilität eines Objekts erfordert, das an sich schon alles zerstört, was es berührt. Dennoch verleiht die Rotation dem schwarzen Loch nicht nur Dynamik, sondern eine neue Dimension, die Möglichkeit von Zeitschleifen, Spiralen der Realität und sogar zweite Chancen in der verdrehten Zeit. Vielleicht könnte jemand, der in ein solches Loch gerät, denselben Moment immer und immer wieder erleben oder im Gegenteil die Möglichkeit erhalten, seine Vergangenheit neu zu schreiben. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass all diese Theorien nur Reflexionen an der Oberfläche einer noch viel verrückteren Idee sind. Was, wenn das alles nur ein Schatten der wahren Realität ist? Eine Simulation des Universums. Und was, wenn wir uns in einem schwarzen Loch befinden? Hier ist eine Hypothese, die selbst die skeptischsten Wissenschaftler aus dem Konzept bringt. Stellen Sie sich vor, dass unser gesamtes Universum von der entferntesten Galaxie bis zu Ihnen, der diese Zeilen liest, sich innerhalb eines schwarzen Lochs befinden könnte. Nicht im wörtlichen Sinne wie in einem Gefängnis, sondern wie eine Matryoshka, die in ein größeres System eingebettet ist. Wie ist das möglich? Nach einigen Theorien, wenn ein Stern kollabiert und ein schwarzes Loch bildet, könnte innerhalb dieses Punktes ein neuer Urknall stattfinden, die Geburt eines neuen Universums. Dieses neue Universum wäre dabei vom restlichen Raum isoliert, würde sich aber nach seinen eigenen Gesetzen entwickeln. Außen ein schwarzes Loch, innen ein neues Universum. Diese Sichtweise könnte erklären, warum die physikalischen Konstanten in unserem Universum so erscheinen, als wären sie auf die Entstehung von Leben abgestimmt. Denn wenn jedes schwarze Loch sein eigenes Universum hervorbringt, sorgt die natürliche Auslese unter den Universen dafür, dass jene, in denen Sterne und neue schwarze Löcher entstehen, am häufigsten vorkommen. Darüber hinaus, wenn man das holographische Prinzip akzeptiert und die Ideen des Informationsfeldes hinzufügt, entsteht die Hypothese, dass alles, was wir sehen, eine Projektion ist, eine digitale Simulation. Nicht im Sinne eines Computerspiels, sondern als eine tiefe, fundamentale Struktur der Realität, in der wir lediglich Beobachter eines Prozesses sind, der sich innerhalb eines gigantischen Trichters abspielt. Wenn all das wahr ist, dann ist jeder Blick in den Himmel ein Blick ins Innere eines schwarzen Lochs. Und jedes wissenschaftliche Experiment ist ein Versuch, nicht nur das Universum, sondern auch seinen äußeren Beobachter zu verstehen. Wer oder was auch immer dieser Beobachter sein mag, aber wenn wir tatsächlich im Inneren eines schwarzen Lochs leben, bedeutet das vielleicht nicht das Ende, sondern den Anfang von etwas viel Größerem. das Beispiel